ja willkommen mein name ist daniel p und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of graces und wir haben rostigen nagel bekommen und haten aber etwas glaube ich jedenfalls wir haben in der letzten folge wir haben in der letzten folge richard wieder gefunden und ja wir wurden von irgendwelchen leuten angegriffen soldaten wie es scheint dies aber auch auf richard abgesehen haben welcher übrigens als tod erklärt worden ist aber nicht ist weil es hier und ja wir müssen jetzt zu einem gewissen duke tellen gehen ich glaube sie ist ja weil der wollte richard irgendwie helfen deswegen gehen wir aber erstmal gehen wir zu einer nahegelegenen hütte genau weil erstmal machen wir den fällig die man wechselt ja ich glaube dass sonst irgendwie ist nicht so ein reißbäckchen gekocht geheirrt schon wieder ja ein bisschen ich habe das spiel gestern erst gespielt aber irgendwie kommt ich habe mir sofort das spiel verlernen ich dachte das hätten wir hinter uns und jetzt nein jetzt bin ich mal noch vergiftet ne ok naja ein bisschen die stand auf gut böse freigeschaltet du hast den schwierigkeit gerade sehr freigeschaltet feinde sind auf diesen schwierigkeit grad ziemlich mächtig aber die wahrscheinlichkeit hochwertige scherm zu halten ist sogar noch höher wenn du den mut und das talent hast talent besitzt probiert aus ja so sehe ich auch aus ne da ich glaube es konnte noch den mit die wir weiter lernen in kreis angriff genau und hier ist die besagte so dann muss nicht so frühstück hier keine sorge es muss nicht solche sorgen was passiert in barona my father was murdered what yes he was killed by the very knights who were sworn to protect him they would have killed me as well but i hid among the bodies an escape detection when the enemy dropped their guard i went to the secret passage and fled for my life i can't believe the knights would do such a thing my father's death was a shock but the fact he was betrayed by his own knights makes it far worse and i was a student at the knight academy yes i'd heard you left home to join them i did but then i resigned my father also died recently and i was to become the next lord of want had i stayed i i might be chasing you down right now but you're not you saved my life just as you did seven years ago i thought of that day as i fled the castle i was so desperately hoping you would somehow come to my aid and you did you actually did you have no idea how happy i was to see you as bell you're special you're one of the only people i've ever really trusted so what's your plan will you return home when this is over things are complicated the alliance with strata has changed everything alliance with strata what are you talking about my father would have never agreed to an alliance he always took a hard line on such matters the strata military station in morgue right now they just arrived a little while ago and have mich aus meiner heimat raus gekickt was sagst du dazu ich habe das interessant war stum naja wir haben uns etwas offen vor der hütte platzieren habt ihr eingelassen vielleicht hätten wir ja mal reingehen sollen dann hätten sie uns nicht direkt dass die starte hat er mir gerade 800 aufgezogen da habe ich mir eingeladen ich darf nicht vergessen dass ich eine pause macht das mit den angriffen ich kann nicht einfach zu zack zack alles ein hauen und so viel dank nein weg von so viel was sie wohl nie mal dafür hier danke eigentlich mehr angriffe ein bisschen einzusetzen und mehr ist auch noch genau oh gott oh gott danke weg stecken jetzt aufs maul es gibt einen präzision plus 4 und jetzt lähmungsresistenz die physische krankheit leben und leben ist ein nerviges leiden dass sich bei der aktion treffen kann dass ich bei jeder aktion treffen kann da du aber auch im gelähmten zustand objekt verwenden kannst solltest du einheim ein leben in den allheilmitteltrank zwischen zücken bohr mein gott jetzt kommt mehr so viele sprachfehler müssen ich sagen diese menschen serve my uncle archduke cedric the man who now calls himself our king my uncle sought to usurp the throne for years and now it seems he has resorted a force why would he do such a thing as well listen when we reach duke dalin i plan to build an army and avenge my father's death will you fight with me i need your strength for the coming battle of course i don't know how much help i can be but i'll do whatever i can das ist ja nicht so als ob es irgendeine andere wahl hätten oh oh was da passiert ist keine ahnung wir werden es nie ausfinden und ich muss mal gucken naja stimmt da kommen wir haben glaube ich brauche mir vorbei ich habe sie doch immer ja ja und das war zu wenig schwert schüler im titel ok damit kann sie glaube ich an der neue ding es lernen aber ich lasse jetzt erst mal hier ein bisschen auf der will so die zwei feine auf einmal kein ding da bin ich voll geil aus dem richtigen zeitpunkt so ich glaube ich habe zwei gegner habe ich nicht verdammt ich will den bonus bilder titel ok darf nicht vergessen immer wenn der spaz irgendwie so abzuschicken eine fehler ist aber dann mal in ihr jetzt nur war da muss man nicht hügel schlag ausweichen wir versuchen die so auf bestimmte werte darauf zu pushen vielleicht macht mir das ja einfach so hat irgendwelchen neuen ich möchte ich wieder auf kreis anrufe aufpacken soll hier aber dass du hier sind so flamme hier möchte ich erst hilfe haben und du kannst das ja haben weil das dritte ist was ganz toll ist okay ich habe schon mal irgendwie hier ein bisschen mehr vielfalt haben und ich hier dann zeit nur zwei drei gebiete ohne entdeckung bauspielten dauer der ort der bestimmung die sind so soft hey sophie listen i know i've made things difficult for you up until now what no i'm fine you still don't know who you are or where you're from but i don't want you to worry about that i'll take care of you okay but i'm not worried but that's crazy you have to be worried what if what if you never find out where you belong wo solch komplizierte sachen senkt so viel aber nicht nach mann boden oscar nagel die rückkehr okay schon wieder da mehr wie gesagt man wollte jetzt sagen naja schon mal mehr vielfalt haben wobei hingehen können und so und ich meine so zwei drei orte da nur geradlinig weil das geht jetzt noch eine weite so glaube ich weil dann kann ich irgendwie besser trainieren politiken und so vielleicht schraube ich dann immer höher und mal gucken was bringt aber irgendwann zu starten ich war doch nicht ich war am leben da gibt man ja auch mehr fp ich bin mir da nicht so sicher ab wenn man den schwierigkeit grad hochstellt und ich wollte ich sag mal hier hochgehen ein apfel gut wohl es gibt es gibt und starke i know i dragged you into this but i can't do anything about the food situation right now i'm very sorry oh no it's not your fault at all by the way hey remember when you said the knights assassinated your father are you sure about that i know it's difficult for you to hear but yes i am i'm no longer involved with them night or not asbel i am very happy that you are not counted among my enemies believe me richard i have no desire to fight you i just wish i could have seen the academy one last time perhaps we should take a little stroll to the academy then maybe bring my uncle little present hey ein kuchen ein kuchen vielleicht das hat bestimmt gemeint oder pasta creepypasta na wir schon schatzkisten geöffnet näher habe ich noch nie geöffnet ich habe noch nie rollenspiegel gespielt ich habe noch nie der schatztrohr geöffnet geht vielleicht ein paar mal so ich habe einen händler nachsehen einen turtles um genau zu sein oh der ist bei das geil safran goal so was kann man aufhinden die richtung in der forse los zeigt richtet sich immer danach in welchem land und an welchem ort ihr seid es gehört nur weil ihr lesen können heißt das nicht dass es euch richtige richtung sagt okay so geil neue waffen und drei stempel gold und wo wir haben neun stings jahr level erreicht mehr oder weniger wo ich kann mir gar nichts leisten von absolut gar nichts leisten stahlant so könnte man irgendwelche die dinger kann ich verkaufen obwohl man braucht irgendwie jeden mist das ist das problem in den ganzen anfangen braucht irgendwann alles deswegen kann ich jetzt nicht alles verkaufen wird einfach mit dem hier zufrieden sein muss ich habe wie wenig das auch jetzt das ist jetzt nicht so wie in tatsächlich alle waffen gesammelt habe was irgendwie auch ziemlich blöd war weil den richtigen sinn hat hat nicht gemacht aber bin ich halt und wie ich bin das ist merken wir sind äpfel oder und wir machen mich hat die dinge wir sind mit 13 ok dann haben wir datten ein studiert scheide rosa gelernt cool das ist eine technik und zwar eine mystik art mystische art allein zahlte ihn ein elf schub in der kombo l12 ein hieb angriff der kombo für ein hieb angriff da kann ich glaube ich jetzt wechseln ich habe nichts was magier wird okay dann machen wir dann einfach erst okay ich habe ehrlich gesagt vergessen wie man hier nämlich macht deswegen wollte ich mal reingucken wirklich dort vorne im süden ist mehr als eine rückkehr ist eine festung in form einer brücke bauen das festgrenzt wird durch den sieg schützt sind sie nach der festung jetzt richtig vorgelesen egal okay das ziel ist da auf der karte blinkend links von uns ich glaube da war nichts aber jetzt was ist auch fünf haben und leben ich bin ein bisschen am fans egal ich war interessiert im spiel war fast was auch fünf haben naja was habt ihr denn gedacht oh to it I'm watching my tour Das hier ist die Wallbrücke. Eine Brücke, die als eine Fortress. Diese zwei Gäste gehören zu meinem Onkel. Okay, ist es noch eine andere Richtung? Hm, ich weiß, ich habe ein paar andere Routen, aber sie laufen alle durch die Kapital. Das ist schlecht. Wir können jetzt nicht zurückkommen. Was machen wir denn dann jetzt? Du fokussest es. Hi. Hi. Nicht hi. Was? Once more, please, wait, let me touch her again! Who are you? Who, me? I'm Pascal! It's nice to meet you! Just what do you want with Sophie? Oh my gosh, I never thought I'd see a real one in person! It's like meeting a celebrity! See a real what? I said see, because I just saw her illusion a little while ago. Illusion? What are you talking about? Do you know something about Sophie? Well, yeah, I know all about her, but it's kind of hard to explain. It'll be faster, did you show you? Come on, it's right over there! Okay, wir haben ein aufgeweckteses Mädchen gefunden, das Sophie berühren will. Lasst euch diesen Satz auf der Zunge mal zergehen und dann gehen wir mal weiter. Oh Gott! Was ist das? Du kannst das einfach nur auf die Ruin der Untergrund gehen, du wißt du? Das ist wo die Illusion ist. Es gibt Ruin hier? Ich weiß, richtig? Ich war totalen Überraschung, wenn ich da nach oben bin. Aber, Mann, war das etwas! Nicht zu tun, dass das schweigende Brücke ist auch ein schönes Bonus. Was sind die Soldaten in den Ruinen? Nein, nur ich. Was denkst du, Asbel? Vielleicht können wir mal schauen. Wir können nichts hier machen. Plus, ich bin interessiert in dieser Illusion von Sophie. Okay, das ist gut genug für mich. Du kommst? Awesome! Dann gehen wir alle zusammen. Wait, du kommst mit uns? Well, sure. I think she's offering to show us around the ruins. Right? Of course. All right. I guess we're all going in. Jo, die Gruppe besteht nun auch aus Pascal. Und wir gucken uns jetzt noch... Wie das... Skit dann. Okay. Ma. So bad. He's way over there. Do you think Archduke Cedric could be in league with Strada? It's possible. My uncle had been handling the kingdom's foreign affairs for many years. With my father's ailing health, he had no one to answer to. So, in other words, this alliance between Strada and Lant... Though it pains me to say it, it may have indeed been officially sanctioned by the crown. Okay, wir nehmen uns noch diese Truie, eben uns das galt. Und dann, ich würde erst gesagt, nein, Schweichert und gerne Schnitt machen. Und ja, Pascal hat sich für uns angeschlossen. Warum denn noch nicht? Ist ja nur irgendeine Fremde, die Sophie berühren will. Und ja, ganz nebenbei ist ja auch der beste Charakter im ganzen Spiel. Und ich freue mich, dass ich dich jetzt angeschlossen habe. Boah, ich wollte meine Freunde nicht unterdrücken. Hi. Ich habe jetzt auch eine volle Truppe, fällt mir gerade auf. Und ich glaube, es ist ein bisschen Wobbly-Wobbly-Katang. Ich verstehe. Es ist cool, stimmt? Wer hätte gedacht, einen großen Ort wie das, würde ich gerade unter unseren Knie aussehen? Es ist nicht so, dass ich noch nicht in einem Ort gesehen habe. Das ist, weil die Ammarciens ihn ein lange Zeit gebaut haben, also natürlich werden sie sich anders sehen. Wer? Die Ammarciens. Sie sind eine Kirche, die in diesen Ruinen verlassen, all over der Welt. Bist du ein Archeologer, Pascal? Hm, ja, ich glaube. So etwas wie das. Als ich etwas habe, habe ich etwas Neues. Du solltest mich touchieren. Komm schon, bitte? Ja, sparen wir uns die sexuelle Belästigung für später auf. Das war der Titel Ruinenforscherin und wir finden hier keinen einzigen Speichelpunkt. Dann würde ich sagen, ich mache mal hier einen Schnitt. Vielleicht renne ich auch mal irgendwie zurück und speichern und so, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, das war es für diesen Part. Wir ziehen mit unserer vollen Truppe das nächste Mal weiter. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Tschüss. Ich würde aber auch, bis zum nächsten Part. Vielen Dank.